golden bungalow district sind wir gerade wohl gemerkt zeigt er mir gerade an und hier oben ist irgendwo ein ding hier genau aber ey wir müssen dringend mal noch reparieren gehen ich kann jetzt auch nichts ich hab doch ich bin doch ich kann doch nicht 35 ach ja wir müssen ja wieder hoch hier zu dem vogel da war wo zeigst du dir das an folge mir einfach mal ich weiss muss es aber ja hier zurück wo zeigst du dir das an gold und daneben ist doch bestimmt diamant anzeigen lange da zeigt er unten dann an wenn du in diesem distrikt ist dann zeigt er unten die umgebung an und das hier hat er gerade golden gesagt also ist der goldene das ist bei mir wieder hier bei dem käfig fritzen so cash bekommen wir hier ein bisschen und das war glaube ich wenn wir hier jetzt im golden sind ihre zungnahmen zurück also jetzt müssen wir wieder zurück zum leuchten wenn wir jetzt hier im golden sind da muss doch schluss gucken ich habe hier ein rotes ausrufezeichen 197 meter von mir das denke ich war südlich das gucken wenn das hier ist goldene ist dann muss doch hier noch nächstes diamanten sein oder nicht so ne wo ist denn das scheiß diamanten ich sehe das aber auch nicht ich habe alkohol hier von drei hier sind wieder so ne kisten wo ist denn jetzt hier so guck mal hier ist ne bar hier von jedem etwas koffer bekommen ach oh scheiße ah nein was macht der denn jetzt zeig alkohol getrunken zeig den alkohol getrunken ach ne weil irgendwie meine waffe die ich in der hand hatte der ist weg ich bin total besoffen 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 ja ich bin total besoffen ich mache jetzt bloß mit dem kunden irgendwie ein hier glaub mal meine waffe ist weg ich habe eine waffenhand gehabt die ist weg und dann hat die den alkohol genommen äh den ich ey was ist denn hier los man oh guten tag ja ja wir haben auch noch einige so in alkohol ich weiß nicht ob jemand mich hören kann aber wenn du kannst ich bin allein in den banken ja wo ist denn warum nimmt der denn alkohol nach ey ich habe grade alkohol gefunden jetzt habe ich ihn getrunken toll scheiße hier ist auch alkohol drin hast du gesagt oder was Ja, oder? Schon gut. Ich glaube, es ist besser, wenn ich den nehme, du Algi. Echt? Die hat hier echt zwei Flaschen gerade hinterherballert. Ich will wissen, was das hier alles für Distrikte sind. Wir müssen doch hier irgendwo... Warum steht denn das bei mir nicht? Wenn du in diesen Distrikt reinkommst, steht das unten. Unten links. Man muss aber darauf achten. Übersieht man manchmal relativ schnell. Aber ich will jetzt hier auch nie so kreuz und quer laufen, weil ich möchte ein sehr erst mal Quest abgeben und reparieren. Weil ich kann nix machen hier großartig. Oh, hier ist eine Tür. Und doch. Ach, du bist hier drin. Ich bin von anderen Sädenerinnen. Hier waren ein Schweizer, wa? Oh, wow. Und hier sieht man, hier sieht man, Fakt. Auf dem Schreibtisch. Ja, ich habe schon. Oh, hier ist eine Tür. Ach, keine Ahnung, wo wir hier sind. Wäre auch egal. Achso, hier geht es noch raus. Toll. Vielleicht hier eine Tür für brauchen. Ja, irgendwie muss ich ja... Lass mal den Questmarker erst mal verfolgen hier, damit wir hier wieder zurückkommen erst mal. Quest abgeben, ey. Beziehungsweise, äh, am nächsten wäre mir ja erst mal, wenn wir hier mal kurz runtergehen, hier, weil hier schnell eine Garage und reparieren. Vielleicht können wir hier schon was abgeben noch. Ich kann mich hier echt schlecht wehren, hier. Ja, ist ja gleich hier. Ey, guck mal, das Auto steht draußen jetzt. Jetzt können wir das Auto benutzen. Natürlich nice. So, muss ich mal reparieren, ey, alter Vater. Ja, wir sind jetzt auch schon wieder bei, ja, ich sag mal, zweieinhalb Stunden, weil wir haben ja ewig lang rumgewerden. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir barrieren sind. Äh, Dio-Bombe, okay. Nimm ich. Bauplan genagelt, oder was? Mal gucken. Tidididididididu. Du brauchst halt, hein, sämtliche Waffen eigentlich, äh, die du so mit dir rumschleppst, die brauchst du eigentlich ständig, wenn du dann so nimmst. Aura-Messer. Tschu, wir haben das jetzt eigentlich genagelt. Mach gerade der jetzt. So, das steht eigentlich alles. Also von diesen Sachen, wo wir die Baupläne haben, konnte ich noch nichts bauen, wie viel mehr da sind die Teile. Also eigentlich kann man jetzt mal hier hochgehen und den Alkohol bringen, oder? Na, wenn wir den jetzt haben, komplett. Ich hab zwei. Wenn du fünf hast, dann kommen wir zu mir, dann kommen wir zu mir und, äh, dann gebe ich dir die zwei und dann haben wir jetzt zusammen. Dann kannst du die zwei hingeben. Die musst du doch nicht extra mehr geben, die kannst du doch hingeben, dann haben wir schon mal zwei. Dann müssen wir hier hoch. So. Da teilen wir uns die Items? Für die Quests, quasi. Sie gar nicht. Ja, ja. Ja, doch. Ja, doch. Ach ne, ich hab bloß eh nur Flaschen. Hä, ich hab den Haufen aufgenommen. Ich hab den Haufen Alkohol aufgenommen. Ich hab den Haufen Alkohol aufgenommen. Ich hab den Typ hier drin, oder? Ich hab den Typ hier drin, oder? Ich hab den Typ hier drin, oder? Zum Leuchtturm? Hm. Äh, machen wir das. Aber du lass uns das neue Quest hier alle abgeben. Ich verstehe, ich verstehe das mit dem, äh... Mit dem Alkohol? Mit dem Alkohol. Ich hab zwei, zweimal Alkohol noch im Inventar. Also irgendwo hier ist noch? Eine Quest? Unten am Strand, oder was? Oh, da komm ich nicht hin. Wo ist das hier drin, erinnere? Ach, der ist das hier. Der, äh, in drinnen war? Die Verlorene? Ach, das war die, äh, die war... Ja, bei mir. Was ist denn, du? Ist so unten? Ja. Komm mal runter, und dann, äh... Musst mir halt die Belohnung abholen. Cash. Mhm. Liegt die jetzt noch auf dem Tisch? Die ist weg. 65 Dollar. Ehrlich. So. Okay, können wir ja eigentlich schon wieder abquesten, äh, ja. Abquesten. Wo hast du denn den Schnellreise-Ding gesehen? Hier? Oben, wa? Oben. Hier nehm wir das oben und dann gehen wir zum, fangen wir zum Leuchtturm. Weil das, ich glaube das ist ja die Quest, die wir zur Zeit haben hier. Genau, zu Darwin zurück. Genau. ach wir reisen automatisch zu spät, tut das so gut ach guck mal jetzt werden wir gleich hier bei der bauerstin hier, Darwin ok, wie Marcus sagte es wird funktionieren, wir geben es einen Schaden und aufhören ich hoffe es wird nicht die elektrische Brille hey, renne mal nicht weg, ich bin mit einem Reward warum Schlüssel? das ist doch mal eine stumpfe Waffe, das ist auch für ein Arsch aber jetzt kommen wir in die Tür rein kann ich dir eigentlich die stumpfe Waffe, hast du, du hast dieselbe Waffe bekommen gerade ja, die sind nur dort aber ich habe keine Platz mehr ich habe wieder Fähigkeiten oh, das habe ich jetzt schon hä, das ist ja lustig die haben, das sind zweimal dieselben, ja einmal deine, einmal meine und meine hat mehr Schaden als deine die haben unterschiedliche Werte wahrscheinlich weil du eine Frau bist meins ist Stufe 10 und deins ist Stufe 9 ist ja auch lustig, wa? hm, hier kannst du wieder upgrade und dann kack naja, brauchen wir jetzt jetzt hat er gerade meine, meine Sichel hat er gerade hier ok, den Punkt hätten wir hast du, hast du den Schaumschlüssel schon benutzt? ne der war ja noch nie mal voll gewesen so, liegen irgendwelche Sachen rum, hast du schein gemacht, ne? du möchtest was zu essen haben, aha find me some food, now give you whatever I have oh, ich sorge 2 essen kann sie aber für nett das müsste ich eigentlich schon haben, oder? hurry see what you can find ach, hier draußen eins thank you, thanks, that's perfect your life saver er will essen? ne, doch nicht kannst du noch mal eins? kannst du noch eine essenkonserve? was ich ihm geben kann ich muss halt mal die, die Quest, äh wind in den eigenen Weiden, ne? du brauchst nur das Viereck zu drücken wenn du, also wenn du das hast ne, doch, das hast du nicht ey, was es ist ganz einfach für Fick aber das ist ja wieder sowas, das musst du ja wieder ewig finden ja also das findest du so, neben des Spiels irgendwie, keine Ahnung ähm dann nehmen wir mal eine andere Quest äh 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 Signalverstärker wollen wir hier auf Sendung nehmen? äh äh nehmen nehmen wir mal auf Sendung oh kein Auto, cool ja ist kein Auto da, toll tolle Show super jetzt haben sie Licht und Strom und keine Autos mehr na ist das vielleicht unten, dass wir wieder mit dem Schnellreisepunkt runterfahren können? äh ja 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 dann gehen wir hoch ich bin da, ich bin da daran habe ich jetzt ja nicht gedacht ihr Deppern willst du den Inventar noch irgendwas verkaufen hier? oder weil du, weiß ich nicht, weil du kein Platz hast, weißt du ich guck mal, ich hätte keinen Platz achso ja du hast gesagt, dein Inventar ist voll oder so ein Scheiß ich guck mal schnell ähm oh ich hab sogar noch gelbe Waffe, ich hab einen Streitkolben bei den krieg ich nämlich bei den krieg ich nämlich bei den krieg ich nämlich äh dein äh Ding wiedergeben hat, weißt du hm 11, 10, 9 morgen achso das ist ja kaufen ach blöd nö eigentlich ich hätte ja was für dich, ich hab eine Klinge Waffe ja kann man vielleicht mal hier tauschen zeig mal weil dann kann man mich gleich tauschen wenn dann vielleicht was für einen Satz taugt also ich kann dir das Ding wiedergeben ich kann dir ach du machst ja mit Dingens ne mit ähm ne warte mal das und das ist sogar ganz aufgetunt hinfälliges Tauchermesser Küchenmesser hast du nie gesagt, dass das schicke ist keine Ahnung was was nicht gerade irgendwas gesagt ach klar das ist immer eine Klinge ja machen wir einfach ja ja machen wir einfach naja du musst es schon akzeptieren oh scheiße was macht er denn jetzt jetzt hat er einen Molotov da mit drin genommen wird er da ja nicht machen hä vielleicht drinnen zum handeln ja äh jetzt hat er einen Molotov da irgendwie drin aussehen äh ja ja egal jetzt hast du irgendwie noch einen Molotov Cocktail von mir haha ja warte mal kurz wollen wir mal kurz gucken bei dem hier ne Streitkolben äh hast du kannst du kaufen bei dem hier ja ich weiß ich da verguckt man sich immer ziemlich schnell oooh once this blows over I'll be sitting pretty kann I got all kinds of stuff here was hast du hast du nein hier meinen komischen äh Schraubenschlüssel den kann ich ja verkaufen wozu braucht der nicht das Ding und verwerfen Schraubenschlüssel naja das war gerade gekriegt haben das Ding das grüne ich hab hier manchmal Dinger und da stehen ja überhaupt keine Stufen dahinter ein Rohr ein Rohr ein Rohr rostig vielleicht haben die ja auch keine Stufen vielleicht haben die ja auch keine Stufen Schaufel und dann verkauf ich die nämlich ach Deo Bombe ne die kannst du mit jeder Stufe nehmen wahrscheinlich ja Deo Bombe ist wie ne Handgranate wurde selbst gebaut glaube ich ich soll dieses Stockmesser Eigenbau mach jeder wie hab ich denn Geld okay nur zu knapp wo ist denn hier diese Karte diese Schnellreihe Karte ja klar und zu Gidibob oh falsch gelaufen ich lauf mal wieder falsch ja ah wir sind hoch verdammt der bluf nur unterher haha du bist so wahr hier wo ich falsch gelaufen bin und die Tremmer unterher gelaufen das fand ich so lustig ha ha aber jetzt vielleicht noch ein bisschen Alkohol verdienen ne 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 hier der hier rührte nice maybe we can finally get this fucker to work thanks dieses wix Ding also nein 300 noch was hm war noch gut so schon eine Quest hier rein aufgetaucht ich weiß nicht was wir mit dir getan hätten mit deinem Mann du hast einen Moment zu sprechen ach Zeit tot schlagen ah ein Haufen Kohle ey ein Kinderspiel ein Kinderspiel nö die da auch noch Essen haben alter was die aber auch drei Essen können sie haben ok also die aber ich werde ja langsam vielleicht mal vor zwischen ende oder sagst du ja würde ich auch sagen wir haben eine Menge geschafft heute in der Zeit wo es das Problem ist wenn wir jetzt hier ähm stoppen sind wir denn auch nächstes mal hier drin ja genau hier wo wir uns jetzt quasi ausloggen hm ich kann so sehen dass wir hier vor der Tür stehen aber Aber ich meine, wir sind hier in diesem, äh, was ist es hier, Lifeguard Center. Ja, hier drinnen müssen wir dann sein, ja. Darum geht's ja, weißt du nicht, dass wir hier irgendwo in den Panther stehen oder so. So. Okay. Wir haben hier einfach... Du, Games, du hast mich schon wieder angesteckt gerade. Okay, meine lieben Freunde, Nahrungsmittel... Ach, guck mal, ich kann dir Nahrungsmittelkonserve geben. Guck mal. Echt? So, hat noch eine gehabt, keine Ahnung, wo ich die habe. Das könnte es nicht geben. Ich kann ja auch nicht mit dem hier interagieren. Schwein. Oh, jetzt dreht sie schon weg, ja. So, naja, dann machen wir Feierabend hier. Dann machen wir Feierabend. Guck, 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 guck. Was ist denn bei dem Charakter überhaupt, ist der mit stumpfen Waffen am besten? Nö, eigentlich auch Klingwaffen. Ja? Ja. Okay, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder. Und, ja, das war's das erstmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Von der chaotischen Truppe hier. Kommentieren. Kommentieren nicht vergessen. Oder Daumen nach oben, Daumen nach unten. Genau. Ein bisschen Feedback. Yo. Okay. Oder vielleicht will ja auch noch ein Zuschauer mit einsteigen. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht kriegen wir das ja auch noch hin. Dann muss er aber erstmal hier hinspielen. Und dann kann er einsteigen. Ja, okay. Wenn er ein Stück weiter ist, kommt er nicht rein. Und wenn er ein Stück tiefer ist, kommt er nicht rein. Wenn wir levelmäßig zu weit auseinander sind, ja. Ja, auch missionsmäßig. Achso, okay. Er muss dann auf demselben Missionslevel sein, ungefähr. Verstehe. Ja, ich verstehe. Na, jüdst du für 10, Mann. Ja, alles klar. So, dann bis morgen. Tschüss. Bye, bye.